Aber nen Tee hätt ich gern noch. Ja, das ist dein Problem. Weißt du, Kami macht mir nen Tee. Ich glaub, die schläft. Ja, zurück ist auch nichts mehr, wa? Dann muss in der Mitte irgendwo was sein. Glaub mal, hast du gut gemacht. Uuuuh, kriegt man mal wieder nichts. Aber da oben waren wir ja schon, wa? Ja, da waren ja bloß die Münzen. Da oben ist was. Ja, und hol sie die Leben. Ja, die brauchst du. Ist mir schon klar. Oh, runter. Oh. Und vorbei. Tja. Oh, das wüsste ich. Ja, total. Wir sind auch voll gut drauf. Ich sag dir, irgendwo habe ich hier im Kopf, dass man sterben kann. Hier. Da hast du doch, mein Gott. Stehst da die ganze Zeit oben. Naja, was soll's. Komm her. Kletter. 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 Ja, und solche Sachen sollte man finden. Von ganz alleine. Nur nichts holen. Los geht's. Ja. Ja, man darf nicht gegenseitig spielen. Ja, man darf nicht gegenseitig spielen. Hahaha. Noch ein paar. Boop. 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 So. Dann brauchen wir noch eine. Die war da unten. Yeah, ja. Ich hol sie. Bin Bewachung. Holst du sie? Wir müssen auch passen. Wir sind im beiden Bereich. Ich kann eigentlich immer voll so machen hier. Oh. Was? Das war doch ein abgekatertes Spiel mit der Regierung. Oh Gott, wie sie einen fertig machen wollen. Ja, sie sind überall. Oh, der ist ganz groß. Meister Lampe. Oh Gott, er springt. Boah, voll abgespaced. Mit dem Feuer. Hab ich auch nicht gedacht, bis ich es gesehen habe. Boah, was? Da ist ja der große Gnubbel. Steht's ab. Steht's ab. Nein, ich hab doch geschossen. Egal, dann renn ich halt unten ran. Mir doch egal. Leben. Hätte ich gebrauchen können. Hätte ich gebrauchen können. Du gehst. Und los geht's. Yeho. Okay. Guck dir dann noch recht flott. Meine Tasse ist leer. Trink gerne an meinem Ingwer-Tee mit. Ne, das ist doch so riesig. Ja. Eine super coole Sonic-Tasche. Ich hab vergessen, wie es geschmeckt hat. Eine super coole Sonic-Tasse. Eine Sonic-1-Tasse. Von meinen super coolen Schwiegereltern geschenkt bekommen. Ah, du hättest dich eigentlich töten lassen müssen, ey. Ja, ja. Weil jetzt hast du ein Leben und jetzt kriegst du noch zwei dazu oder so. Und das ist alles. Naja, wer hätte denn damit gerechnet? Naaah. Ja, ich weiß schon. Boah, hier willst du zu den Dreiern? Die will ich mir schon. Okay. Hier, guck mal. Zwei Leben. Noch ein Leben. Warum geht das nicht? Noch mal zwei Leben. Woop, woop. Woop. Na, self overload! Naja, ich hab sie mir nicht geholt, oh. Master overload. Wollte sie dir halt. Mach ich. Boah, da bumm. Das war ja einfach, hätte ich mir das übergemacht. Naja, gut. Naja, so meinte ich das eigentlich. Aber auch gut gepumpt. Ja, keine Frage. Geh zu ihrem Schloss. Bonus-Dings. So. Jetzt kommt's, dicke. Mit Beethoven. Woop. Oh, verdammt dieser Tisch. Oh, verdammt dieser Tisch. Oh, das ist eine Falle. Oh Gott, ja. Ich erinnere mich. Das war super. Das hat ewig gedauert. Ja, ich weiß. Nein, lass mich runter. Oh Gott. Er ist nichts. Hab mich vollgehört. Du musst mit dem Ding runterkommen. Ja, warte. Ich drück A. Oder so. Luigi. Brauchst du Eis? Anscheinend nicht. Doch, ich hab's mir hier auf die Schippe gegeben. Wie die voneinander abprallen. Genau. Das kenn ich doch noch. Flip. Und dann fließen sie. Und dann bleiben sie da. Und dann bocken sich Plattform aus sie. Weil das so fetzig ist. Ja. Ja. Drück mich nicht. Mit deiner Nähe. Oh, verdammt. Ja, jetzt ist eh alles vorbei. Nach links müssen wir rüber. Du bist schuld. Dass wir nach links müssen. Ja, das war natürlich grandios was. Plattform ist verkeilt. Oh, die ist nicht verkeilt. Ist mich voll da reingeschossen. Die stoppt einfach. Die stoppt. Die war verkeilt. Wenn keiner drauf ist. Die war verkeilt. Ah. Ja, da war jetzt natürlich schlecht. So, ich steuer das Ding hier. So. Wir haben super Kran. Links und rechts. So. Jetzt geht's ja erst richtig los. Ach ja. Wir sind beide klein. Das ist schrecklich. Sehr gut. Das ist gehebt. Als Alternative. Wie ich im Ausgewicht bin. Das war cool. Ah, wir müssen nach rechts rüber glaube ich. Ach verdammt. Immer dahin. Ja, da ist nämlich die Wind. Und der Wind weht. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Nach rechts, nach rechts. Da kann man Volko rausspringen. Warum bist du jetzt dran? So. So. Haha. Auf aller Vendette. So. Mann jetzt hier. Wie wir voll die Twixer sind. Ich glaube da gehst du irgendwie nach links hoch, oder? Ja, wie? Die hinbekommen. Na ja, vielleicht war da auch wieder so n .. Also spring da mal hoch. Als wär da was. Ohohohohohohohoho. Ich kann man da oben rüber und direkt zum Endboss. Auf jeden Fall war da was. Gibt's denn jedenfalls das Angeldad schon oben? Nooo. Ohou. Wizzidi epic. wizzidi. W cauliflower am Teller rij. Wollt er mich wegbomben. anno hood ho Go Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Was joggt das? Plumm Hier, nimm das Aber wir brauchen noch welche, glaub ich Irgendwann später, so ist es doch immer Erst hasst man sie und dann Mag man sie nicht mehr Magma Ja, hättet ihr was übrig lassen, so halt Mir fast leid Aber ich kann sie freezen, oh, ich kann nicht werfen Was ist denn denn tot? So, was die eigentlich machen, glaub mal So, hast du, oh Gott Hast du schon irgendwas Gesehen von wegen Münzen, technisch? Nein, er hat sich geschrien, ah, die Münze Technisch, hier, da oben Nein, nein, wir brauchen ihn Weißt du, dass die Münzdruckerei in Gotham City Die Münze heißt? Ne, is a coin Weiß ich nicht, ob sie original auch so heißt So, den brauchen wir Ja, leg ihn einfach hier ab Ne, das wird problematisch, danke Und jetzt kommen wir nicht mehr Hier spring nach oben, schnell, spring nach oben Höher Nicht so hoch Aber willst du wieder da runterkommen? Naja, der geht eigentlich automatisch runter Nein, der geht Der ging voll automatisch runter, wenn man selbst unten ist anscheinend Der levelt sich wahrscheinlich auf dieselbe Höhe wie du bist Naja, dann los Naja, wir haben die Münze verpasst Bin ich tot? Nein Wir sterben vielleicht Oh, doch nicht Ich vielleicht Na du vielleicht Hopp Die Bombe müsste denn das Ding steuern können Das wär gut Jesus Christ Oh verdammt, der bleibt mal da Muss ich wohl Besser ist das, du So, jetzt muss ich aber mal herkommen Und dann warten wir die Bombe da ab, die von oben kommt Und dann springen wir rüber Irgendwie wollte er nicht springen Ja, ich merk schon Oh Gott, warum denn tausend Bomben Oh yeah Ja Jetzt muss wieder nach unten gehen Der Anfang ist getan Yeah Pass auf die Bombe ab Wir müssen natürlich bald jetzt drauf landen hier Ich bin gelandet Der Adler ist gelandet So, ich warte kurz und ziehe den Schluck T Ja, hier bin ich Schubidu Los geht's, Bombe Oh, nicht schlecht Niauuu War eine Taktik damit umzugehen Ja, leider ist jetzt der Dings weg Vielleicht ist da noch einer Der Dings? Naja, der Pilz, der hier drin war Aber wir brauchen noch keine Pilze Schubidu, wir besiegen jetzt einfach Wir besiegen ihn Beethoven Wir besiegen Wir besiegen Beethoven Ha Nicht gut, doch Naja, mal gucken Der macht mich hier Der, 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 der Aber Homing Missile Naja komm, das ist nicht wirklich Homing Von links nach rechts Das ist so Siehste Ich flieg jetzt hier mal lang Aber es ist nicht wirklich Homing Oh, jetzt hab ich aufgepasst Ja? Weil so Homing Missile ist Da muss man immer So, war ja schwer Komm her hier Komm her her Tschüss So, und dann wieder aus dem Bild In der Spanerei Dann hab ich mich gleich mit so einem komischen Stagehaken weggezogen Das ist doch Das wär lustig Ja Aber du bist noch bei einem Leben Also Da kann man dir nicht vorwerfen Das kann man mir da nicht vorwerfen Dass du kein Leben mehr hättest Bisschen Loshaftigkeit Ist das ein Wort? Jetzt schon Okay Ja Ja Speichern Ja, aber Pew Pew Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal